Servus Leute, heute ein Video zum Thema Black Ops 2, Waffen und Ausrüstungen. Ja, es ist ein Monat vor Black Ops 2 Release und ja hier, ihr seht die schon, Nuketown 25, 25, 25, es kommt in einem Monat raus Black Ops 2 und ich hab mir das vorgestern vorbestellt. Und ja, ich würd's euch auch raten, da man da die geile Map Nuketown 2025 extra bekommt und ja, das war schon meine Lieblingsmap bei Black Ops 1, Nuketown, also das normale Nuketown, hier in Quickscopen und so, ihr wisst Bescheid. Ja, jetzt Nuketown 2025, mal schauen wie es wird und ja, ich präsentiere euch heute hier die Waffen und ja, das ist hier alles auf der Call of Duty Community Website, die schreibe ich nochmal in den Link rein, in die Videobeschreibung, könnt ihr euch auch nochmal hier alles in Ruhe anschauen. Und ja, gucken wir jetzt mal, also die erste Waffe ist hier die M8A1, die sieht so aus, die hat man schon im Kampagnen-Trailer gesehen, ja im Kampagnen-Trailer hat man die auf jeden Fall gesehen. Das ist, also hier, so sieht die Waffe aus, das ist eine sehr schöne Waffe auch, aber wenn ich jetzt noch nicht mit der gespielt hab, sie sieht schon ordentlich sehr gut aus. Hier sehen wir nochmal die aus so einer anderen Perspektive, hier so sieht die normal aus und ja, hier mit einem Rotpunkt-Visier, tja. Die zweite Waffe ist an 94, die sieht so aus, das ist eine vollautomatische Waffe, vollautomatische Waffe, die sieht so ein bisschen wie so eine AK-Mix aus, ja so eine AK-mäßig. Und was dieses Visier hier soll, weiß ich auch nicht ganz genau, sieht schon ein bisschen wie so eine AK aus, ja. Ich kann euch nicht zu jeder Waffe so viel sagen, da ich die Waffe auch zum ersten Mal sehe, ich kann euch nur sagen, was ich über die Waffen weiß und wie die aussehen und sowas. Ja, hier sehen wir nochmal die Waffe mitnehmen, hier hat ihr so ein schönes Visier, hier sehen wir auch, wie der gerade nachladet's, ne. Die nächste Waffe ist die Ska-H, die sieht so aus, das ist auch eine automatische, das ist wie in MW3 die Ska-L, das ist genau dieselbe Waffe, ja das müsste genau dieselbe Waffe, nein, hat nur ein, äh, andere Namen. Ja, als Ska-L von MW3 kennt man, die nächste Waffe, Typ 25, ist eine vollautomatische, das ist wie die Typ 95 in MW3 wieder, also man merkt schon viele Waffen von, vom Vorgänger, MW3. Und was ich hier nicht richtig verstehe, also die Typ 95 hat ja immer so, war ja halbautomatisch und die ist automatisch, da frag ich mich, wieso ist die vollautomatisch und die Typ 95 eine halbautomatische Waffe, aber, ja, werden wir dann sehen, beim Willis. Die hat ja auch so ein schönes Visier, das ist so ein Doppelvisier, hier oben sehen wir das, hier ist so ein Visier, hier ist ein Visier und hier auch. Ja, die nächste Waffe ist die SWAT 556, die kommt aus dem schönen Switzerland, aus dem schönen Schweiz, und die hat die Ähnelt schon wie im Black Ops, der Final, wenn ich mich recht erinnern könnte, ja, die Final müsste das eigentlich sein, nur hat einen komischen Namen, das ist, ja, drei, drei Runden, ach so, das schießt immer dreimal, also, dr, 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 so, wisst Bescheid. Ja, hier sehen wir nochmal, wie die Waffe so aussieht, ne? Also, okay, jetzt hier die Fall OSW, die sieht schon sehr geil aus, die sieht schon ein bisschen aus wie die M16, ja, also hier mit diesen Kreisen hier, müsste sie schon ein bisschen aus wie die M16, aber so genau kann ich das auch nicht sagen, hier mit einem Rotpunkt-Visier nochmal, ja. Die nächste Waffe ist die MTR, ist auch eine vollautomatische Waffe, kommt aus Israel, und ja, hier sehen wir, wie die Waffe bei den Zombies abgeht, sieht schon sehr nice aus, ja. Die nächste Waffe hier, die SMR, ja, die SMR, die kommt aus den United States, Juggernaut steht hier, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, ja, sieht schon nice aus, also hier halbautomatisch ist die, ja, die ist auch neu, die Waffe, so habe ich, habe ich noch nie gesehen, hier die M27, das ist die Waffe, die sieht schon ein bisschen aus, die, ähm, M1, M8A1 aus MW, aus MW3, ja, die kommt aus Deutschland, ja, aus Deutschland, und, ja, so sieht die aus, ja, ist, äh, vollautomatisch auch, okay. Die nächste Waffe ist die MP7, die Waffe müsste eigentlich jeder kennen, der MW3 gezockt hat, also, die Waffe kommt, achso, die kommt aus Deutschland, wusste ich gar nicht, ja, ist eine sehr neise Waffe auf jeden Fall, die ist vollautomatisch, glaube, jeder kennt die, geht richtig ab, und, ähm, ich habe auch von einigen YouTubern gehört, die auf der Gamescom waren und gezockt haben, die meinten auch, dass die Waffe sehr stark ist und bisschen overpowered ist, ja, die geht schon ordentlich ab, in MW3 geht die auch ordentlich ab, mit einem Schnellfeuer und alles, ist die perfekt. Ja, hier sehen wir, wie die, wie die im Game aussieht, und, ja, die nächste Waffe ist die Vector K10, die müssten einige von euch, die MW2 gezockt haben, von da kennen, war auch eine sehr starke Waffe, vollautomatisch wieder, kommt aus den United States, die ging auch schon ordentlich ab und hatte eine gute Feierrate auch. Ja, hier sehen wir, wie die aussieht. Hier, die nächste Waffe ist die Qicom CQB, so der Name, so der Land, China, ja, kein Wunder, ja, sehr, das sieht sehr high-tech-mäßig aus, sieht schon sehr nice aus, sieht bisschen wie die, in diesem Bild sieht die aus, bisschen wie die FMG, nein, Akimbo, äh, FMG, nein, sorry, ja, die sieht schon, bisschen aus wie die FMG, also diesen Bogen hier, sieht schon wie aus wie die FMG, was ist denn das, ähm, also, Tui won't burst, also, Tui won't burst, also das, was hier steht, heißt, das kann dreimal schießen, hintereinander und dann, kurze Pause und dann wieder dreimal, ja, sieht schon, nice aus, und in diesem Bild sieht die hier bisschen aus, die DG 36C aus MW3, ja, lass uns mal überraschen, und wenn ich nicht mich täuschen, ja, die nächste Waffe ist die, die VV 57 aus Belgien, dann ist eine vollautomatische Waffe, die habe ich noch nie gesehen, aber die Munition sieht auf jeden Fall schon sehr nice aus, wie die hier reingeht, sieht bisher wie die, ladet bisschen wie die P90 nach MW3, ja, wer P90 mit der Waffe gezockt hat, weiß, dass die hier auch so ein Magaziner zu quer, sieht schon sehr nice aus, die nächste Waffe, die Scorpion Evo 3, 3 aus den tschechischen Republik, aus der tschechischen Republik, und ja, das ist eine vollautomatische Waffe, sieht bisschen aus, bei dem Bild sieht ein bisschen aus, so ein Mix aus ACR und MP7, wenn ich mich nicht, ja, sieht schon aus, wie so eine MP7 und ACR schon, so ein Mix, Mixback, und ja, die nächste Waffe aus Indien, ist eine vollautomatische Waffe, ist auch, glaube ich, so eine, ja, so eine PM9 aus MW3, ja, hier mit so einem komischen Visier, ja, die hat auch, ja, kleine Magazine, ja, die nächste Waffe ist die Hamre, H-A-M-R, ist eine leichte Maschinen, leichte Maschinenpistole, sieht ein bisschen aus, wie die, ja, doch, wie die SKL auch, aber es sieht ein bisschen aus, wie die SKL, also mit diesem Visier hier, aber das ist dann auch, halb einer leichte Maschinenpistole, und man sieht hier, die hat hier diesen, runden Kasten hier, da wo die Munitionen reingehen, und die ladet auch sehr schnell nach, anders als die anderen Waffen, ja, zum Beispiel die MK48, die gibt es in jedem Ballerspiel, die gibt es die, so eine Standardwaffe, so eine M60 aus MW3, die gab es glaube ich in jedem Teil, Black Ops, MW2, das ist so eine Standard, leicht MG, die haben mit diesem komischen Visier, und jeder weiß, die Waffe ladet, 20 Minuten nach, bis man die nachgeladen hat, ja, steht man meistens, ja, wie sehr, wie sieht ordentlich nice aus, ich glaube, das ist die Waffe nicht mal, wenn ich, oder? ich weiß gar nicht, ob das die Waffe auch ist, könnte es schon sein, okay, die nächste Waffe, LSAT, sieht auch schon, wesentlich, wie so eine Hightech-Waffe aus, ja, hier, hier unten sehen wir so einen, roten Zähler, da steht glaube ich die Munition, ja, das ist auch so ein Hightech-Biest, hier so ein schönes, Rotpunkt-Visier draufgepackt, ja, die nächste Waffe, Q, BBB, LSW, man merkt schon, die komischen Namen, kommen immer aus China, oder aus Japan, Fullautomatik, ja, wieder eine Leicht-MG, das ist so eine Art, äh, LG 36, oder wie die Waffen-MW-3, LG 36 noch irgendwas, sieht schon aus, okay, jetzt kommen schon den Shotguns, so den Pump, Pump-Actions, also hier die, äh, KSG kennt man aus MB3, das ist, ähm, hier Pump-Action, ähm, die kennen wir aus MB3, ja, MB3, die geht schon ordentlich ab, und die ladet auch irgendwie so komisch nach, ja, und die nächste ist die, M1216, sieht, bis, ach so, die hat man auch am Trailer gesehen, ja, das war die Waffe im Tour, äh, Multiplayer-Trailer, die ging auch schon ordentlich ab, die ist Fullautomatik, das ist so eine Art, die schießt so mehrmals hintereinander, und die geht schon ordentlich ab im Trailer, hatte die auch eine ordentliche Reichweite, und hat auch einen, ja, guten Schaden, ja, Waffe geht schon ordentlich ab, hier sehen wir, ja, hier, da wurde er den Grad tötet, und dann hier oben in das Fenster, hier sonst die 4, inwiegend kennen wir glaube ich alle, aus dem Trailer, ja, auch wenn die Waffe hier oben ein bisschen aussehen, die PP90, wie so eine Dildo Gun, dann, wie die einige nennen, PP90 M1, Dildo Gun, ja, die nächste Waffe, Saiga 12, aus dem schönen Russland, ist Halbautomatik, ja, die Waffe kenne ich nicht, das ist glaube ich so eine AK-47U, in der Art, mit dem Visier und so sieht es schon aus, hier die R-78 MCS, was das für eine Waffe ist, weiß ich hier nicht, ach so eine PumpGam soll das sein, ach so, ja, das ist so eine PumpGam, wie hieß die nochmal in Black Ops, wie hieß die nochmal, auf jeden Fall, ich glaube jeder weiß, welch ich meine, diese PumpGam komisch und, hier sehen wir schon eine erste Map, hier steht Terminal, Terminal, ja, es wäre schon nice, wenn hier so eine Map geben würde, Terminal wie in MW3 und MW2, und ja hier der Nachbar von dem, hat hier so eine Sentry, hat hier so ein, also ein Black Ops, dieses Todesbringer, Death Machine, geht schon ordentlich, ab, aber dazu später mehr, ja hier sehen wir die, auch wenn ich gerade den Namen vergessen habe, von der Waffe, ja jetzt kommen wir zu den Snipen, zu den Quickscopes, sucht dies unter euch, hier die Sniper-Wolfless-Ballista heißt die, aus Belgien und Deutschland, die wurden sich glaube ich nicht einig, oder die haben sie zusammen produziert, hier für die Quickscopes unter euch, eine sehr schöne Waffe, ja, sieht bisschen aus wie die MSR, es hat irgendwie auch so ein Mix, MSR und, MSR und LF8A, ja, und hier sieht die bisschen aus wie die ACR, oder wie die Final, ja, also die kann man auch ohne Visier zocken, ohne wie sie sieht irgendwie so overpowered aus, aber ja, nächste Waffe DSR50, wieder aus Deutschland, das ist so eine, wie hieß die Waffe, ja so eine Barrett-Kaliber, ja, Barrett-Kaliber, oder sowas, was das in der Rat, nächste Waffe ist WUAS, das ist so eine, RSA-SS, ich glaube, ein paar kennen die von MW3, diese, wenn man zählt, man sieht es dann, also nicht so nah, sondern ein bisschen von Distanz, aber die hat auch ordentlich einen Schaden, halbautomatikiert, bilder ein paar, nicht, ich kann nicht so allen Waffen etwas sagen, weil, ein paar Waffen welche zum ersten Mal, die XPR50, und Country ist nicht bekannt, und das ist glaube ich so eine, ja, das ist ein Sniper ist dann, ich kann auch nichts mehr dazu sagen, hier steht das auch, ja, geht schon ordentlich, abglaub ich die Waffe, also auf jeden Fall, es gibt hier 3,4 Snipen, auch schon nice, und ja, zunächst, Pension, K40, das ist die USP, wie hieß die Nummer, die USP 45, Westp 45, das ist die Standard, ja, die Standard, aber, was mich hier wundert, dass die Vollautomatik ist, also automatische Waffe, oder dann ist es eher so eine G18, aus MB3, die so, richtig oft hintereinander schießt, eine höhere, äh, Feuerrate als FMG9, und ja, hier sehen wir die Action, also eine G18, bis es ist ein, hier die Five Seven, das so eine Standardwaffe, MB3, so eine, du, 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 ein paar kennen die auch, aber, wir sehen wie, sieht hier schon, ordentlich nice aus, und wenn ich mich nicht, er müsste, dann ist es die Newtown Map, weil hier so Häuser, und so sieht schon, nach Newtown aus, ja, hier zockt er gerade mit dem, und steckt auch gerade hier im Level aus, auf, 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 ja, und die zockt mir eine Runde Herrschaft, sieht schon, sehr nice aus, auch wenn ich oft nice sagt, alle Waffen sehen nice aus, die, nächste Waffe ist die TAC 45, aus Belgien, ja, das so eine, ASP, oder wie die heißt, in Black Ops, was ist die, ja, Halbautomatik, sind diese Standardhandwaffen, ja, hier, die nächste Waffe, die sieht schon, mehr interessanter aus, mh, die schießt auch dreimal hintereinander, die sieht schon, ordentlich geil aus, ordentlich geil aus, ja, und die nächste Waffe hier, ähm, Halbautomatik, X, action, äh, execution, execute, execution, sorry, mein Englisch ist nicht so gut, executioner, 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 na, ja, das so eine Python, und die sieht schon mehr high-tech aus, also eine Python in der Art, ja, hier das Bild irgendwie weg, weil so und schwieson, die nächste Waffe, also die, äh, Werfer, hier die, small, also Raketenwerfer hier, Standard wie in mv3, ist auch irgendwie, und, es sieht genauso aus wie in mv3, einfach rauskopiert und eingefüllt, ja, und die RPG haben die schon ordentlich, ran gebastelt, die sieht schon ordentlich, gut, also die sieht auf jeden Fall, sehr high-tech mäßig aus, hier diese Spitze, und so sieht schon, geil aus, weil die gibt's auch fast in jedem Shooter-Spieler, und die sieht immer gleich aus, aber hier, sieht die schon geil aus, und hier hat der irgendwie so ein, der Hand so einen Raketen, ja, die nächste Waffe, FHJ18AA, die haben wir auch im Trailer gesehen, als er diese Drohne abschießt, das ist auch so ein Hightech-Raketenwerfer, hier schießt er diese Drohne ab, und ja, das geht ganz schnell, diese Drohne, ja, und die nächste Waffe, wo ich mich auch sehr gefreut habe, Crossbow, Armbrust, wie in Black Ops Zeiten, das ist wirklich eine sehr geile Waffe, mit der hat, es hat auch richtig Spaß gemacht, Armbrust, richtig geil, richtig geile Waffe, aber die sieht ja irgendwie so anders aus, so Hightech-mäßiger, mäßig, 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 ja, die nächste, ja, jetzt kommen wir zu den, also das war es von den Waffen, Attachments, diese Visiere, also Reflex, äh, hier, also die Visiere, hier Rotpunktvisier, Standard, dann hier das Holographische Visier, dann hier das, Akoks, achso, Akok, dann hier dieses, Targetfinder, die Visiere kenne ich alle nicht, Typ 25 steht hier drunter, achso, das ist die Typ 25 mit dem Visier, hier die nächste, ist so ein Visier, das kenne ich auch nicht, das hat irgendwie zwei Visiere, eins hier oben, eins hier oben, eins hier unten, oder, ist das irgendwas anderes, ja, Hybrid, Visier, achso, ja, das kennen wir, ah, okay, das ist einfach so ein Rotpunktvisier, aber, mit so einem anderen Visier, also mit so einem anderen Punkt, ja, das kennen wir aus MP3, die, hi, so presse, keeps you off the road, ich weiß jetzt nicht gerade, was das heißen soll, aber vielleicht dieses Laser, nein, ja, egal, ich weiß es eben nicht, Fastnake, äh, diese doppelte Magazine, die hier so zusammengebastelt sind, mit, in so einem Tesafilm, oder so ein, Panzerkleber und einfach da, der zieht die raus, die, äh, Munition, dreht sie, und steckt sie wieder rein, zieht schon Fastnake heißt das, sie ist schon sehr geil aus, hier, 4, hier, hier die MP7 hebt er gerade auf, super, ich weiß wirklich nicht, was es ist, wenn, ihr englisch könnt, könnt ihr das da lesen, ich kann zwar auch englisch, aber, ich verstehe den Sinn daran nicht, oder einfach hier kopieren, und dann bei Google Übersetzer einfügen, könnt ihr auch lesen, das nächste, wie sie ist Laser, besieren, gab es glaube ich auch noch nicht in anderen, in anderen Call of Duty teilen, oder, ihr wünscht mich gerade, egal, ja, laser auf jeden Fall, hier das, also das ist so ein Visier hier steht, das ist dann, das ist dann, das ist dann so, ja, so ein Stalker, also dass man beim Ziel schneller laufen kann, das haben wir jetzt so als, Aufsatz gemacht, und nicht mehr als Perk, ja, damit kann man seine Waffen schneller wechseln, und nachladen, glaube ich, ja, das nächste ist hier irgendwie weg, und ja, die Tuber unter euch, werden sich jetzt freuen, ihr es wird wieder Granaten werfen, äh, Granatenaufsatz geben, ja, Newtuber, ja, auch wenn schon so ein Scheiß-Tel nichts halten, ja, das können ja aber ruhig bei Hartkommodus ruhig entfernen, das größte, das ist der größte Kack, grenade launcher, so nehmen wir aus dem ganzen Spiel entfernen, scheiß Newtuber, egal, äh, Select Fire, das, das, ganz leicht weiß, wird schicken, okay, das war jetzt wirklich nicht, was das ist, ich glaube, irgendwie, dass man die Waffen wechseln kann, irgendwas, irgendwie von wechseln, dass man, verschieden wechseln, egal, RMG, das ist so, äh, das ist, äh, mehr Materiale durchstricken kann, also, wie bei MW3, ja, kein Plan, jetzt wie das richtig heißt, auf jeden Fall kann man damit durch, leichter durch Material schießen, das nächste ist Extended Clip, das hat irgendwie, ach so, damit hat man 50% mehr Munition, glaube ich, Wapod Fire, schneller, Schnellfeuer, kennt glaube ich jeder, das nächste ist Dual Band, das ist, glaube ich, so, äh, so, das ist das Thema, also dieses, weiße da, also dieses Thema, kennt glaube ich jeder aus MB3, Ballistic Computer, das irgendwie neu, das ist, wie so, ah, so, ich glaube, das ist dieses, Visier, wo man durchwende, schauen kann, Wallhack, wo man durchwende, schauen kann, das hat man ja auch im Trailer gesehen, ja, variabel, so, ich glaube, das kennt jeder, bei Snipen, wenn man so, dann kann man noch einmal, R3 drücken, oder auf der Xbox, irgendwas andere, PS3, R3, dann sucht es noch näher ran, war schon nice, hier, Dual-Wheel, Akimbo, ja, braucht auch nichts zu sagen, das einfach Akimbo, zwei Waffen, in der Hand, einen der linken, einen der rechten, und dann, abgeht die Post, das nächste ist das, E-Roll-Zeit-Attachment, das, weiß ich, gar nicht, was das ist, das ist so, mh, mh, ja, irgendwie so ein Visier, komisch, okay, jetzt kommen wir zu den, Granaten, also zu den Ausrüstungen, eine normale Granate, die hat sich ein bisschen geändert, die hat hier so, Kanten und Ecken, anders als bei, Black Ops und mp3, die sieht anders aus, und dann die Samtex, Standard, hat sich glaube ich, gar nicht geändert, und dann hier das, Tom Hawk, Tom Hawk, Tom Hawk, besser bekannt als das, Wurfmesser, aus mp3 und mp2, und aus Black Ops, Wurfmesser, äh, Tom Hawk, das ist sehr, geil, und hat sich auch ein bisschen verändert, ja, Claymore, Standard, M18 Claymore, ja, man steckt es in den Boden rein, und wenn jemand drüber läuft, dann explodiert das, ja, und, äh, nächstes C4, also, ich erklär euch das mal, man hat eine Bombe in der Hand, die schmeißt man weg, und die hat einen Zünder, man läuft damit weg, klickt auf, klickt auf, den Knopf drauf, und bumm macht es, und der Gegner stirbt, wenn in der Nähe ist, das nächste ist, ähm, Bounty, Bounty ist, explodiert, ja, und, äh, ja, das da ist, glaube ich, so, eine Art, S-Miner, die man in den Boden rein, also, die man so auf den Boden wirft, und die dann so hoch geht, und dann explodiert, kennt jeder aus mp3, und jetzt komme zu den, äh, tactical, quenates, und zu den Krananten, Flashbang blendet Leute, Conclusion grenade, das, äh, ja, das blendet auch Leute, EMP-Granat, damit kann man geschützt, etc., zerstören, Smokegranat, damit kommt so eine riesige, ähm, Rauchwolke, okay, jetzt komme zu den Neuheiten, Shockchange ist zum Beispiel neu, das wirft man, das ist wie so ein Tom Hawk in der Art, das wirft man, und dann, steh, wenn es dann im Boden stecken bleibt, dann explodiert es, und der Gegner kriegt so einen leichten Schock, ja, hier ist so ein Bild davon, ja, hat man auch im trailer gesehen, das nächste Sensorgranat, anders als bei Black Ops und bei Mp3, ist es, also bei Mp3 war es ja so ein tragbares Radar, bei Black Ops so ein Teil, was man auf den Boden reinsteckt, und das dann, äh, Gegner findet, hier ist es halt so ein Granate, das wirft man, und dann zeigt es halt, deckt es halt die Feinde auf, also, so ein kleiner Umgebungszeit, dann ist es wie so eine Drohne, in so einer kleinen Umgebung, Umgebung, Tactical Incitation, ist, äh, Taktikeinstieg, das sieht schon sehr nicer aus, als bei, äh, Mp3, Black Ops, das ist so ein, wie so ein kleines Handy, das drückt man einmal drauf, und dann, ja, ich hab's jetzt auch noch nicht gesehen, ich hab's auch noch vom Trailer gesehen, äh, Taktikeinstieg, ja, Black Hat, das ist Hacker, damit kann man zum Beispiel Vorriton, etc. hacken, ich weiß jetzt nicht, was man noch hacken kann, ja, das war's eigentlich, sieht schon sehr geil aus, das nächste ist das Trophy System, müsste eigentlich der ein oder andere, kennt, aus Mp3, das ist so ein Teil, das steckt man in den Boden rein, und wenn jemand da was hinwirft, zum Beispiel, also, Anti-Explosion, also, wenn man zum Beispiel Kanaten da hinwirft, dann zerstört das Trophy System das, oder wenn eine Predator auf dich fliegt, dann zerstört das das auch, also, ja, Trophy System, und hier Combat Knife, das ist, ähm, das ist einfach so ein Messer, also, ich glaube, ich weiß nicht, ob bei Black Ops, dass man immer noch messern kann mit R3, das ist einfach da ein Messer, oder ich glaube, jetzt muss man sogar die Waffe wechseln, dass er so ein Messer auspackt, und damit einen umbringen, dann hier so ein Schild, das ist wahr auch, also, sieht sehr overpowered aus, steckt man in den Boden rein, gibt die Schutz und man kann irgendwie durchschießen, sehr komisch, und Ballistik Night, da wenn sich die ein oder anderen freuen, Ballistik, Ball, ähm, ja, Ballistik, Ballistik Messer, dieses, diese zwei Messer, die man in der Hand hält, und dann man, man kann damit irgendwie so schneller messern, und wenn man auf den Knopf drückt, weil wenn man R1 klickt, dann schießt der so Messer, ich weiß, vielleicht war nicht, ob das das ähnlich ist, also müsste schon sein, hier Titus 6, das ist, wie so ein, was soll das sein, das ist, also das ist eine Spezialwaffe, aus dem Black Ops 2 Singleplayer, ja, das gibt's glaube ich, noch ein Singleplayer, Multiplayer nicht, und dann die Death Machine, das ist aber eine Abschussserie, kennt man, also Todesbringer, da war ja vorhin schon ein Bild, sieht so, sieht so aus, hier zocken die gerade, Todesbringer, ja, das ist eine Abschussserie, also keine Waffe, sonst würde es die jeder nehmen, das ist einfach eine Abschussserie, ja, und dann hier so ein, äh, War Machine, das ist so eine Art Granatenwerfer, also so sieht's zumindest aus, ja, das ist auch ein, ähm, ja, Konatenleiste, äh, Kulte, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, auch eine Abschussserie, ja, das sieht so aus, ja, das war's eigentlich, ja, ich schick euch den Link, nochmal in die Videobeschreibung, also, die kopieren, den Schreibschirm an die Videobeschreibung, könnt ihr auch nochmal von da schauen, ja, ein oder andere YouTuber hat es auch schon gemacht, weil ich andere Silvia hat schon gemacht, ich weiß nicht, welche anderen, ja, ja, heute, ja, okay, Leute, wenn's euch gefallen hat, abonniert, oder gibt ein Daumen hoch, wenn's euch nicht gefallen hat, dann, äh, gibt ein Dislike, ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, und hab auch ein bisschen Schnupfen, aber, ja, okay, Jungs und Mädels, ciao, bis zum nächsten Mal, tschüss.